Hallo, für mich geht es jetzt los in ein Wanderwochenend und ich zeige euch in diesem Video, was ich so packe. Und ich finde es für mich auch noch gut für die nächsten paar Jahre, wenn ich packen muss. Dann weiss ich schon, was ich mitnehmen muss. Ich muss nur das Video anschauen. Ich hoffe, dass es für euch auch irgendwie hilfreich ist. Viel Spass im Video! Nachdem ich das Fetter nicht gemacht habe für das Thumbnail, kann ich auch anfangen zu packen. Ich hoffe, es ist nicht allzu gut hier draussen, wenn immer wieder Autos vorbeifahren und hier unten ist irgendwer am Rasenmäher. Eine ganz neue Form von ich packe meinen Rucksack. Falls ich irgendwo ein Produkt zeige, wird sich von nichts bezahlt. Also von dem her nicht von Mammut, nicht von Canon, von nichts. Also ich deklariere jetzt nichts mit Werbung. Ja, mein Rucksack ist ein mega einfacher Rucksack. Es hat ein grosses Fach und da kommt jetzt alles rein. Ich weiss immer noch nicht, ob ich es meinen Gimbal mitnehmen soll. Der ist ziemlich gross. Zuerst kommt der Gimbal, weil der am schwersten ist. Und dann ist der Rucksack schon voll. In meinem Toiletten-Testli hat es nichts Spannendes. Eine Zahnbürste, eine Duschmittel, eine Bürste. Das Duschmittel. Die Zahnbürste. Ein Ohrenstäbchen. Und eine Gesichtscreme. Und eine Lippenbomade. Alles was man so mitnimmt. Dann das hier ist wichtig für mich. Hier drin habe ich meine Migräne-Tabletten, falls die Migräne kommt. Dann zwei Platterpflaster. Größeres und kleineres. Und eine Handcreme. Und einen Stift für Muckerstiche. Und Pflasterchen. Und einen kleinen Spiegel. Trägenjacke. Ich habe fast ein paar Tisches dabei. Ich glaube ich brauche nicht so viel. Ich nehme nur vier mit. Zwei Sport und zwei normale. Eines nehme ich dann noch zum Schlafen. Kürzere Hosen zum Schlafen. Und zwei lange Hosen. Ich könnte eigentlich auch nur Sport mitnehmen. Also. Ich beschränke mich aufs Minimalste. Ich bin noch nie zwei Nächte wandern. Keine Ahnung. Aber ich glaube ich nehme die nicht mit. Dann kann ich auch in den anderen schlafen. Das ist schon ziemlich voll. Aber die Schuhe müssen ja zum Glück nicht in den Rucksack. Dann haben wir noch Säcke. Ein paar lege ich an zum heute schon wandern. Die anderen zwei packen. Ein Pulli. Und oben drauf. Oh ich habe mein Toilettestchen noch nicht gesehen. Nein. Oben drauf kommt jetzt noch. Kaugummi. Eine Wanderkarte. Mein Sportmanet. Meine Sonnenbrille. Das Nasdauchpäckchen. Auf der Seite kommt noch meine Flasche. Mit Wasser. Und meine Sonnencreme. Und ein kleiner Stativ. Ich glaube das wäre es. Mein Hut lege ich eh schon an. Alles das Kabel, Züge und Aufladengeräte. Und so. Da brauche ich eh noch einen Plastiksack. Das kommt dann auch noch oben rein. Ich habe heute ja genau schon das passende T-Shirt an. Für zum Wandern gehen. Und ich habe so Sporthosen an. So Leggings. Wenn das Video informativ war und interessant. Dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bei uns geht es jetzt los. Go wandern! Mich abonnieren nicht vergessen. Weil nächstes Sonntag gibt es den Vlog vom Wanderer. Auf parole an. roof des